Ja, okay. Es gibt einen Mörser. Keine Effekte beim Ziel. Aktivität! Ja. Dein Druck mit Glied steigt wieder ein. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich freue mich in der Nähe! Keine zweiten Schufen mehr. Boah. Die Vorratsküsten sind aufgefüllt worden. Ausrüsten. Boah, woher, woher? Ich kann mich jetzt wieder überleben. Ich habe nämlich so eine Wiederüberlegungspistole am Start. Unter uns. Team Vibe. Was bist du? Ich empfehle, die Sicherheitszone aufzurufen. Es ist noch ein weiter Weg. Wie viele sind es denn noch? Nur noch drei Teams, ey. Und noch einer. Mein Idiot! Ich auch die! Oh ja. Unten auch. Wart mich. Gott sei Dank habe ich die langlebige Gasmaske. Gut. Ich muss jetzt aber nach unten. Jumpen. Das ist eine linke Seite irgendwo. Da war der. Okay. Das kommt zu uns. Das ist gut. Sehr gut. Versuch direkt Highcrown zu gehen, ne? Sniper. Linke Seite. Noch ein Team am Start. Nice. Uhhh. 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 Sag doch. Jeder Abend einen Wind. Momentan. Also auf Minimum einer ist drin, aktuell. Aber wir hatten jetzt auch zwei gute Mates mit dabei gehabt. Geldgeber. Ja. Irgendwie dauerhaft. Ach. Ich habs etwas, was mir ist. Ich hab's Geldgeber. wir wollen das punkte warte mal ich glaube wenn du wie soll ich sagen optionen statistik